Servus und herzlich willkommen zum Sport 2000 Skitest. Wir haben 10 spannende und neue Skimodelle, die wir für euch testen. Unsere Testexperten Katharina, Nick und Florian haben schon eine Menge Spaß gehabt und nehmen euch mit zu tollen Skimomenten und natürlich ausführlichen Berichten zu den Fakten und Fahreigenschaften der neuen Skimodelle. Wie ihr seht, haben wir heute traumhaftes Wetter und perfekte Bedingungen für unsere Sportcarver und Slalomcarver im Test. Die letzten Tage hatten wir auch schon Neuschnee und weichere Schneeverhältnisse, optimale Bedingungen für unsere All-Mountain-Ski im Test. Und wie man auch sieht, links und rechts neben der Piste sind viele Spuren, wo wir auch die All-Mountain-Ski perfekt getestet haben. Das macht einfach Bock auf Skifahren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den neuen Skitest-Videos und wenn ihr danach doch noch individuelle Fragen habt oder vielleicht noch nicht der passende Ski für euch dabei gewesen ist, beraten euch unsere Sport2000-Ski-Expertenhändler vor Ort gerne persönlich. Servus von Pitzhaler Gletscher und euch eine gute Skisaison mit tollen Skimomenten.